Bevor es gleich weitergeht, liebe Zuschauer, kommen wir zu unserem Gewinnspiel. Wir verlosen heute gleich drei Gutscheine im Wert von 25 Euro von Crazy Cut, Ihrem Friseur und Nagelstudio. Sie müssen nur unter der Telefonnummer 03391 45 80 80 anrufen, dann werden sich Ihre Haare vielleicht mit etwas Glück freuen. Es gehört zu den wenigen erhalten gebliebenen historischen Ensembles der Stadt Wusterhausen. Das 1764 errichtete Herbstsche Haus am Markt. Und nun ist es auch wieder ein wahres Schmuckstück. Nach der umfangreichen Sanierung der letzten Jahre erstrahlt es in neuem Glanz. Und wir haben die Menschen getroffen, die dafür gesorgt haben, dass es dazu gekommen ist. Für Landrat Ralf Reinhardt war dieser Tag etwas ganz Besonderes. Denn auch er ist mit der Geschichte des Herbstschen Hauses eng verbunden. Während seiner Zeit als Bürgermeister von Wusterhausen hat er entgegen vieler Widerstände selbst mit die Weichen für den Erhalt des altehrwürdigen Bauwerks gestellt. Das Objekt sollte mit knapp 800.000 Euro in der Hülle saniert werden. Das hatte für die inhaltliche Ausgestaltung, für die Komplettsanierung des Objektes von vornherein nicht gereicht. Deswegen gab es zu der Zeit Gespräche mit dem Kulturministerium, mit dem Infrastrukturministerium, ob man hier eine richtige Investition tätigt, quasi auch inhaltlich was ermöglicht, das Museum ermöglicht. Es wurde ermöglicht und das Ergebnis kann sich nun sehen lassen. Zuvor hatte allerdings auch Reinhards Nachfolger Roman Blank während der Bauzeit allerlei Kämpfe zu bestreiten. Wir hatten natürlich viele Auseinandersetzungen, Diskussionen, vor allem mit dem Denkmalschutz bezüglich Farbgestaltung und Ähnlichem. Es wird ja bei jedem Stück geguckt, ist es erhaltenswert, bedürftig. Aber wie man heute sieht, die Diskussionen haben sich gelohnt. Ich habe es schon gesagt, also wirklich selbst die Farbnuancen sind alle sehr ausgewogen und es ist ein wunderschönes Gebäude geworden. Gelohnt haben sich aber auch die teils zeitaufwendigen Denkmalschutzdiskussionen. Obwohl das Gebäude zuvor in einem desolaten Zustand war, ist es so gelungen, einen Großteil der ursprünglichen Gebäudesubstanz zu erhalten, sogar im Innenbereich. Man hat Rücksicht genommen auf die vorhandene Bausubstanz und entsprechend behutsam saniert, hat auch die farbliche Gestaltung entsprechend vorgenommen. Und dieser Ladenschrank ist eben die Besonderheit, dass er wirklich hier 100 Jahre, mehr als 100 Jahre drin gestanden hat. Alle Verkaufsstrategien, alles Geld, was im 20. Jahrhundert mal in Deutschland Gültigkeit hatte, ist über diesen Ladentisch gegangen. Und wir haben ihn wie der Mitarbeiter des Museums, haben ihn wunderbar restauriert. Die zahlreich erschienene Politprominenz machte sich derweil schon Gedanken über das Danach. Schließlich muss das Gebäude nun noch mit Leben gefüllt werden. Es geht um Denkmalschutz, es geht aber auch darum, das Haus muss ja danach genutzt werden. Ein Haus lebt von der Nutzung und ich finde es wunderbar, Bibliothek. Die Kinder freuen sich schon drauf und das Museum gehört auch mit dazu. Wusterhausen ist eine sehr alte Stadt mit einer langen Geschichte und dazu gehört auch ein Stadtmuseum. Die Bibliothek ist bereits in Betrieb. Zu den anderen geplanten Nutzungen kann Bürgermeister Blank natürlich schon etwas mehr sagen. Wir haben vor, um in der oberen Etage ein Museum einzurichten, ein Wegemuseum. Also nicht eine bloße Heimatstube, sondern etwas Anspruchsvolleres. Und dann haben wir, es wurde jetzt gesagt, den alten Laden, Multifunktionsraum, wo der Kulturverein sehr daran interessiert ist, dort viele Veranstaltungen durchzuführen. Und Frau Luni war jetzt schon hier und hat einmal ein Klavier gespielt, sie tut es gerade wieder. Kultur und Veranstaltungen halten also schon bald Einzug im altehrwürdigen herbstischen Haus. Doch nicht nur deswegen ist die Sanierung des Bauwerks nach Ansicht von Landrat Ralf Reinhardt letztlich gelungen. Es ist sehr viel Historie hiermit verbunden und in der Sichtachse für das Ensemble Markt eins, was einfach nicht hinwegzudenken ist. Und wenn hier eine Lücke klaffen würde, wenn hier was fehlen würde, wäre diese Ansicht des Marktes gebrochen. Und deswegen war es wichtig, dieses Objekt, so wie es jetzt saniert worden ist, herzurichten. Und ich glaube, Wusterhausen hat damit wirklich eine Aufwertung erfahren. Mit Engagement und Beharrlichkeit haben die Wusterhausener das stattliche Fachwerkgebäude inmitten der Altstadt wieder zu ihrem Denkmal gemacht. Es nur mit Leben zu füllen, dürfte da nur noch eine kleine Hürde sein.